Es war einmal ein kleiner Hund, der durch die Wüste wanderte. Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr tapste er vor sich hin. Niemand wusste, warum er das tat oder was sein Ziel war. Eines Tages kam er zu einer Straße. Malat um Woche, Monat um Woche, Monat um Woche, August Kilo, August Kürsberg. Malat um Woche, Monat um Woche, Juni, Amen, Year, 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 Jahr, 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 Jahr. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Später begegnete er einem Wurm, der gerade einen Wettlauf lief. Ein Sturm kam auf. Der Sand der ganzen Wüste schien sich gegen den Hund zu stemmen. Als die Sicht besser wurde, fand er sich mitten im Krieg wieder. Er überquerte hohe Berge. Er überquerte, Täler und endlos weite Ebenen. Immer einen Schritt. Dann noch einen. Und noch einen. Schließlich sah er in der Ferne das Ziel. Das Ziel, mein Lieber, schlag jetzt ein. Du wirst schon bald zu Hause sein. Da werden wir uns wiedersehen. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Das Ziel, mein Lieber, schlag jetzt ein. Das Ziel, mein Lieber, schlag jetzt ein. Das Ziel, mein Lieber. Das Ziel, mein Lieber, schlag jetzt ein. Das Ziel, mein Lieber, schlag jetzt ein. Das Ziel, mein Lieber, schlag jetzt ein. Die Weihnacht Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!